Hey yo Freaks, ich bin's, der Kult-Jan von Luke Mockridge, der Sidekick und ich habe jetzt eine eigene Sendung hier bei ZDF Neo, aber nur im Internet, weil ich bin zu crazy fürs Fernsehen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Das ist das Urteil. Hier sind die Kommentare. Sabrina schreibt, at Sapse1991, hab Käseschorde gegoogelt, so klug wie ich war, leider nichts Brauchbares gefunden. Ha! Reingefallen. Niemals machen, was der Fernsehbömermann sagt. Das ist ein Wichser. Das ist so ein Arschloch. Letztens ist er mit dem Zug gefahren, beladen, mit 5000 Waisenkindern. Und die mussten nach Essen in die Uniklinik. Und Bömermann hat gesagt, nein, ich möchte, dass der Zug mich nach Berlin fährt, weil da steht mein Helikopter. Und was die 5000 Kinder im Zug machen, das ist mir egal. So ein Arschloch ist der Fernsehbömermann. Aber ich, ich bin der Kulti, ich bin Klasse 2, Regionalexpress. Das bin ich, euer Internet-Baby mit der schrägen Mütze. Huut! Man kann an meiner Uhr immer sehen, wie spät es ist. Es ist eins. Zwei. Drei. Vier Uhr. Und so weiter. Nicht vergessen, die Mütze umstellen auf Sommerzeit. Was? Ach ja, hier, Kommentare. Gibt es irgendeinen Menschen auf dieser Welt, schreibt Pleit Polite, der mir erklären kann, warum das Neo-Magazin nur auf ZDF Neo zu sehen ist? Und das dann auch nur gegen Abend, wenn die Einschaltquoten sinken und die Einschlafquoten steigen? Ja, es gibt da jemanden, der dir das erklären kann. Sein Name ist, ich sag das ganz offen. Er ist der Programmdirektor von ZDF. Und wahrscheinlich wird das jetzt hier rausgeschnitten, weil man nicht möchte, dass ich den Namen des zuständigen Programmdirektors nenne. Aber es ist der Programmdirektor, der ist zuständig dafür. Saskia schreibt, jetzt kann ich nicht mehr Benjamin Blümchen hören, ohne an das Neo-Magazin und Larissa Ries zu denken. Saskia Bré. Ja, das ist aber ganz ehrlich, dass wir da jahrelang dem freundlichen Sprechenden Elefanten zugehört haben und keiner von uns bislang darauf gekommen ist, wie der diesen kleinen Jungen seit Jahren emotional von sich abhängig macht. Mit welchem Ziel? Dass der Otto immer da den Rüssel streichelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Für mich ist Benjamin Blümchen eigentlich schlimmer als Dieter Wedel. Wie der mit seinem Rüssel da rumwedelt immer bei Otto. Und Werther Kahl, spielt das Spielchen mit? Steckt der mit Benjamin unter einer Decke? Oder ist das einfach nur einer von diesen Nutznießern, die sich nicht trauen, da die Machtposition von Benjamin Blümchen im Zoma anzuzweifeln, dahinter zu hinterfragen, was da eigentlich wirklich läuft zwischen ihm und dem kleinen Jungen. Und warum ist der eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht gewachsen, der kleine Junge? Da sind auf jeden Fall Riesenfragen offen. Ich glaube, das Internet ist genau der richtige Ort, das mal auszudiskutieren. Wie spät haben wir es? 5 vor 12. Tim Fille schreibt, jetzt kommt ein längerer Beitrag. Naja, gibt halt gute und weniger gute Beiträge. Kann nicht immer alles 100% sein, aber der hier ist so 10%. Ganz ehrlich, ohne das Neo Magazin-Logo hätte das genauso bei Extra 3 oder der Heute schon laufen können. Und keiner hätte was gemerkt. Uuuuh. Wir werden zurück! Nimm das sofort zurück! Es gibt einfach eine Linie, hier so. Und das war die Linie, die hast du überschritten. Was kommt als nächstes? Das ist Klaus von Wagner bei Neust aus der Anschein? Oder Mann Sieber? Ich weine gar nicht echt. Es ist Show. Ist mir doch scheißegal. Ja, sorry, konnte ich mal schmunzeln. Schreibt Papst bei YouTube. Wenn es der Papst schreibt, dann lese ich mal lieber weiter, sicherheitshalber. Dieses ACTV hat keine Parodie verdient. Außerdem hatte der Sketch keine Tiefe oder Witze außerhalb von dem üblichen CDU, CSU, SPD, AfD und Co. Running Gags. Alles in allem viel zu flach und eines Neo Magazin-Royal unwürdig. Ich sage mal ganz kurz, entscheidet jetzt der Papst bei YouTube, was hier für das Neo Magazin-Royal würdig ist und was nicht? Wo kommen wir denn da hin? Was kommt als nächstes? Dass der Papst sagt, was die katholische Kirche darf oder nicht? Hahaha. Nix da. Das entscheidet immer noch bei uns der Programmdirektor des ZDF. Jawohl. Ich muss jetzt leider los. Ich halte mir gleich eine U-Bahn an hier vorne und möchte gerne mit der U-Bahn nach Mallorca fahren. Das ist möglich, denn ich bin Jan Böhmermann. Fahren Sie bitte nach Mallorca. Sehr wohl, sagt dann der U-Bahn-Führer. Der Gast war wirklich fantastisch, Wotan Wilke Möhring. Deswegen würde ich schon mal 300 von 40 möglichen Tütüs geben. Ansonsten war die Sendung an sich wirklich gut, hatte einen guten Flow, hatte eine gute Stimmung. Dieter Bohlen würde sagen, mega, mega. Oder was meinst du, Carina? Mega. Gib mir mal die Pflaume. Nee, nicht die, Carina. Morgen die Sendung ist mit Katja Kipping von der Linkspartei. Die mache ich fertig. Und ja, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens morgen im Fernsehen oder am Sonntag am Bahnhof in Lauenbrück oder vielleicht auch nächste Woche wieder mit der ein oder anderen Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung. Da, wo seriöse Typen wie ich hingehören. Kat, jetzt raus. Kat, Kat. Auf Wiedersehen. Ihr Jan Böhmermann. Mit dem zweiten sieht man besser. Oh Gott, ist Kat. Mach jetzt Kat. Läuft das noch? Ja, ich muss mir entschuldigen. Wir haben technische Probleme. Wir können das Video nicht ausschalten. Woran liegt es, Leute? Ach, siehste, da ist es. Alles klar. So, jetzt aber. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017